So, kennst du auch noch nicht. Guck mal. Ein Möhrchen. Mh, magst du Möhrchen? Das ist was zum Ackern. Jawohl. Mh, lecker. Wie ein Riesenwurm. Nur härter. Ja, da unten sind die Socken. Aber die machen nichts. Schmeckt gut. Ein bisschen spielen, ein bisschen essen. Pixies wäre das okay. Ja, richtig? Den Daumen. Stimmt, da steht ja auch noch Essen von dir. Geschluckt. So, was hältst du denn davon? Wenn du das Möhrchen mitnimmst. Müsstest du doch schaffen, oder? Nicht zu schwer. Möhrchen, Möhrchen, Möhrchen. Du könntest es mal aufs Spatzenhaus bringen. Also, wir packen es mal hier nach oben. Oder nicht? Irgendwings mal gleich da hin. So, hast du gesehen? Guck mal her. Da ist dein Möhrchen. Da kannst du essen gehen, ja? Genau. Oder wo auch immer. Möhrchen.